Ein Motorsport-Spektakel auf Eis. Das gab es noch nie in der Jonsdorfer Sparkassen-Arena. Am vergangenen Samstag gastierte die Speedway-on-Eis-Rennserie vor ausverkauften Haus. Gestartet wurde in drei verschiedenen Klassen. Übrigens Speedway ist die einzige Motorsportart, die ohne Bremsen ausgetragen wird. Entsprechend rasant balancierten die Stahlschuhartisten in atemberaubender Schräglage über den gut 130 Meter langen Rundkurs. Auch in der Klasse der 5-9-Jährigen ging es schon richtig zur Sache. Die jungen Wilden schenkten sich gar nichts und heizten mit vollem Einsatz über das Eis. Waghalsische Überholmanöver konnte man dann auch noch bei den Rennen der Speedcats erleben. Eine gelungene Premiere. Und eins ist jetzt schon sicher, im nächsten Jahr soll es eine Wiederholung geben. Und dann sicher wieder vor ausverkauften Haus.